Kunststoff-Netzschlauch Herzlich willkommen zu unserem neuen Video Kunststoff-Netzschlauch zum Oberflächenschutz. Dieses Produkt führen wir in verschiedenen Materialstärken, Durchmessern und Farben. Die Schutznetze sind aus LDPE hergestellt und werden als Meterware auf der Rolle oder bereits in der handlichen Spenderbox geliefert. Unsere Verpackungsexpertin empfehlen die flexiblen und robusten Kunststoff-Netzschläuche aus Polyethylen. Sie haben komplexe Ware mit empfindlicher Oberfläche, die Sie zuverlässig vor Kratzern und Abrieb schützen möchten. Der Netzschlauch legt sich an jegliche Form an und bietet einen zuverlässigen Schutz. Selbst unförmige Produkte können mit dem elastischen Kunststoff-Netzschlauch im Rautenmuster rundum geschützt werden. Besonders beliebt ist der Oberflächenschutz für das Verpacken von Sanitärzubehör und Metallware. Aber auch jede Art von anderen Kleinteilen mit unregelmäßigen Formen können durch den Netzschlauch geschützt werden. Die benötigte Schlauchlänge kann mit einer herkömmlichen Schere oder einer speziellen Schneidevorrichtung von der Rolle abgeschnitten werden. Die robusten Netzschläuche sind mehrmals verwendbar und können nach Gebrauch zu 100% recycelt werden. Zudem lassen sich Set-Produkte ideal bündeln. Die verschiedenen Netzfarben helfen, Kleinteile innerhalb einer Verpackung zu unterscheiden. Um das zeitaufwendige Einfädeln in die schmale Schlauchware zu beschleunigen, bieten wir eine Montagehilfe an. Die Öffnung des Netzschlauchs wird vorgedehnt und die Ware kann einfach und schnell eingeführt werden. Sie sind sich unsicher, welche Schlauchvariante für Ihr Produkt die richtige ist? Wir helfen gerne weiter und beraten Sie individuell. Die Links zu den einzelnen Produkten und weiteren Videos finden Sie unten im Text.